Servus bei Anteil.TV, heute auf dem Weg zum Sportfest nach Friedelfrist. Geboten wurde am Sommerfest Bullriding Menschenkicker Gutes Essen und die Sport Olympiade bestehend aus Kegeln, Hufeisen werfen, Maskrugschieben, Melken. Auch bei den Fußballermädels kam unser K. recht gut an. Mit ihrem Sommerfest hat der TSV Friedelfingen ein super Highlight gemacht, zum dritten Mal glaube ich. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder dabei sein dürfen. Es hat riesig Spaß gemacht. Es gibt es nicht mehr so, dass wir da drei und viele K. recht gut annehmen können. Wir hoffen, dass wir hier auch noch nicht mehr so gut annehmen können. Untertitelung des ZDF, 2020